Extrem häufig, aber auch extrem unbekannt. Eine Fundgruppe, die sich überall in Europa, Afrika, Amerika, auch in Asien findet. Aber kaum einer kennt sie. Vielleicht, weil sie jetzt nicht so spektakulär ausschauen. Wir schauen uns heute mal an, ob das wirklich alles so langweilig ist und vielleicht auch, warum die oft falsch angesprochen wird. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Julian Decker von der Grabungsfirma in Terra Veritas aus Bamberg und Weiden. Ja, wirklich sehr, sehr häufig werden sie gefunden und auch sehr oft falsch angesprochen. Ganz wenige kennen überhaupt den vollen Hintergrund dieser Fundgattung. Es geht um Knöpfe. Hä? Ey, das ist voll langweilig. Nee, versprochen, es wird ganz cool. Die Frage ist als allererstes mal, was zur Hölle ist Proterobars? Wir hatten mal bei uns im Magazin einen Artikel zu diesen Proterobars-Knöpfen. Wer uns also schon länger folgt, also auch schon bevor es diesen Kanal hier gab auf YouTube, der weiß jetzt schon so grob, in welche Richtung es geht. Für alle anderen, haltet euch fest, jetzt wird's crazy. Die Frage ist, was ist jetzt ein Proterobars-Knopf und warum sind die so wichtig? Was ist überhaupt Proterobars und was hat es jetzt mit diesen Knöpfen auf sich und was kann man daraus dann ablesen? Und ganz wichtig, wir haben hier jetzt eine Europakarte und dieser kleine rote Marker zeigt uns den Ort Fichtelberg im Landkreis Bayreuth. Und was gibt's jetzt da? Fichtelberg ist ein ganz besonderer Ort. Nicht nur komme ich aus der Nähe davon, deswegen ist es schon mal grundsätzlich sehr wichtig. Aber wir haben da auch eine ganz besondere geologische Situation. In der Nähe von Fichtelberg gibt's nämlich einen etwa sieben Kilometer langen Gang, der so um die 20 Meter breit ist im Schnitt, von einem Gestein namens Proterobars. Ich will jetzt gar nicht in die Geologie rein, ich weiß, hier gibt's Leute, die super auf Geologie stehen. Schaut's euch bei Wikipedia an, der Artikel bei Wikipedia zu Proterobars ist nicht so toll, aber wenn ihr es wissen wollt. Proterobars hat eine ganz, ganz tolle Materialeigenschaft und zwar kann er ganz normal geschmolzen werden wie Glas, ohne dass man noch irgendwas beigeben muss und zwar so bei 700 bis 900 Grad. Bei 1300 Grad wird er richtig, ja, flüssig, also richtig, ja, wie Wasser quasi. Und der kann dann eben, wenn er verflüssigt ist, behandelt werden wie eine normale Glasmasse. Also ohne dass ich irgendwie Quarzsand benutzen muss, Blei dazugeben muss, sonstige Fließmittelkatalysatoren, kann ich einfach diesen Stein neben zertrümmern, einschmelzen und hab dann quasi eine Glasmasse, wenn ich die erhitze. Es gibt für den Bereich da im Fichtelgebirge den ersten schriftlichen Nachweis von 1450. 1550 eventuell gibt es aber davor auch schon eben eine Nutzung von Proterobars zur Herstellung von meinetwegen Paternosterperlen. Da wird man dann so grob ins 13. Jahrhundert schon mal so reinreichen, aber da gibt es leider keine ausreichenden, ja, wissenschaftlichen Untersuchungen dazu, weil wenn man keine Schriftquellen hat, müsste man es eben ausgraben und wenn da nicht gegraben wird, dann können wir es eben einfach uns nur vorstellen, was denn ein logischer Aufbau wäre. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn man da mal noch ein bisschen in die forscherische Ecke reingehen würde. Diese Proterobarsknöpfe werden dann auch wirklich, also spätestens ab 1450 produziert bis, ja, ins 20. Jahrhundert rein und werden dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, werden die letzten Hütten eben eingestellt, weil es dann eben andere Materialien gibt, die einfach günstiger sind. Aber zumindest, wie wir gleich sehen werden, in der frühen Neuzeit sind die sehr, sehr beliebt und finden sich quasi überall. So, wir haben jetzt also unseren Proterobars geschmolzen und was stellen wir denn da draus her? In aller Regel Knöpfe und wir sehen jetzt hier auf dem Bildschirm so eine kleine Auswahl von Produkten, die da eben hergestellt werden, also die bunteren Teile im Vordergrund, die könnt ihr bitte ignorieren, das sind wirkliche Glasknöpfe und das ist auch immer so ein bisschen das Ding, wenn jemand, der sich eben mit Proterobars nicht auskennt oder diese Fundgruppe einfach gar nicht kennt, der sieht diese Teile, die sind ja so ungefähr so groß wie so eine schwarze Johannisbeere und haben hinten so einen kleinen Draht drin, der eben dann zur Befestigung an der Kleidung ja dient und wer das Ding zuerst sieht, der sagt, ah, ein Glasknopf. Es ist aber halt kein Glas, sondern es ist ein geschmolzener Stein und ja, ich weiß, Glas ist auch geschmolzener Quarzsand, aber da brauche ich, um Glas herzustellen, brauche ich eben immer noch ein Flussmittel. Schaut euch da mal das Video durch Schaut an, da wird es mal grob erklärt, was eben Glas so ist und das ist eben kein Glas, sondern es ist wirklich ein Stein. So, und was stellen die jetzt eben her? Wie gesagt, in allererster Linie solche Knöpfe. Es gibt auch Spinnwirteln, die hergestellt werden, kleine Ringe eben aus diesem schwarzen, opaken Glas und die sind eben in allererster Linie, sind es so kleine Kugelige, manchmal ein bisschen, ja, flachere Knöpfe. Die gibt es dann auch mit Facettierung, also wo dann eben die Seiten so ein bisschen flach gedrückt werden, um dann eben so, ja, wie geschliffen auszusehen, also Diamantschliff mäßig. Und da wurde eben auch was ausgegraben, so dass wir jetzt wissen, wie das ausschaut. Man sieht auch hier, das ist ganz cool, da gibt es, ihr seht es im Hintergrund, achso, ihr seht es ja nicht, ich habe ja hier die Präsentation, da gibt es auch welche, die sind mit Emaille-Farben bemalt und die sind sehr, sehr selten. Ich habe selber bei der Grabung, die ich gleich vorstelle, damals mitgegraben als Student und wir hatten genau einen von diesen bemalten Knöpfen und er ist dann irgendwann im Laufe der Grabung voll angangen. Tut mir leid an, ja. Okay, also wie werden jetzt diese Knöpfe hergestellt? Wir haben hier die Fundamentreste von so einem Proterobas-Ofen aus Fichtelberg, also da im Wald gelegen. Da gab es 2004 eine Voruntersuchung und dann 2006 hat die Anja Heidenreich da für die Uni Bamberg eine Forschungsgrabung gemacht und ich wurde da dann auch mal abgestellt dafür, für, ich glaube, eine Woche oder sowas. Im Nachhinein muss ich sagen, hat sich mega rentiert, weil ich, glaube ich, einer der wenigen Leute bin, die überhaupt so einen Ofen schon mal gesehen haben oder live gesehen haben und eben diese Produktionsstätte überhaupt mal, ja, überhaupt gesehen haben und damit gearbeitet. Ich habe jetzt keine Knöpfe hergestellt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Live dabei. Und diese ganze Anlage, die wir haben, ist so circa dreimal drei Meter groß. Wir sehen, das Fundament ist eben aus so richtig großen Granitplatten gesetzt. Die sind die Basis für ein aus Bruchsteinen, ja, Bruchsteinen aufgemauertes Mauerwerk. Das ist dann in schamottierten Lehm gesetzt, das heißt, der Lehm statt Mörtel, weil Mörtel eben verbrennen würde bei den Temperaturen, die da drin sind und der Lehm ist dann auch noch quasi gemagert mit Keramikbröckchen drin, also Schamott. Wir haben dann mittig einen Feuerkanal, der eben von Norden befeuert wird. Also Norden ist in dem Bild jetzt rechts unten und da wird eben geschürt und wir haben dann so eine kleine Quermauer nach Westen. Das sieht man jetzt da auf dem Foto nicht so besonders toll. Das wäre dann, ja, die rechte Bildseite. Und im direkten Umfeld davon war eben eine so circa zehn Zentimeter starke Schicht aus Asche und Holzkohle und so weiter und wirklich tausende, tausende Protorobarsknöpfe, die mal so zerbrochen waren, mal ganz waren und so weiter. Und auch Protorobarströpfchen und alles, was eben so bei der Produktion eben schiefgehen kann und eben dann auf dem Boden landet und sich keiner mehr weiter dafür interessiert. Und diese Teile, diese Öfen haben halt einen unfassbaren Ausstoß hergebracht und in der Nähe davon ist ein kleiner Bach, ja, der ist vielleicht einen Meter breit oder sowas und das Flussbett besteht wirklich aus diesen Protorobarsknöpfen. Also die haben wirklich, wir werden es gleich noch sehen, Hunderttausende von diesen Teilen da hergestellt. Und über das vergesellschaftete Fundmaterial konnten wir diesen Ofen dann eben auch datieren in die 1640er Jahre. Jetzt haben wir hier eine Rekonstruktion von der Anja Heidenreich, die da eben auch einen Artikel dazu publiziert hatte. Und jetzt haben wir eben, wie wir schon gesehen haben, einen rechtigen Ofen mit wohl einem Tonnengewölbe und so kleinen Nischen. Das sieht man hier, diese halbrunden Fenster, die da oben drin sind, wo dann eben die fertigen Knöpfe dann getempert werden. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Knopf dann eben gedreht habe, dann kann ich den nicht einfach hernehmen und, keine Ahnung, in den Eimer Wasser schmeißen, weil dann wird er mir einfach zerbrechen, weil eben noch die Spannung im Glas drin ist. Das heißt, wir müssen ihn langsam runterkühlen und das passiert dann eben in so kleinen Nischen, wo eben die Temperatur dann eben langsam, also immer ein bisschen weniger wird, immer ein bisschen weniger wird, bis wir dann eben irgendwann Umgebungstemperatur haben und dann damit ist die Spannung dann raus aus dem Glas und alles funktioniert. Für die Anja in ihrem Artikel hat sie jetzt diese, ich habe es vorhin schon gesagt, diese westlich abknickende Mauer eben als Kanal interpretiert, durch den eben dann noch Warmluft in den Ofen reingeblasen werden kann, um dann eben die Temperatur besser steuern zu können. Ihr habt ja alle unseren Töpferofen-Video gesehen, irgendwie da wird es ja auch nochmal ein bisschen besser erklärt. In der Rekonstruktion, die wir jetzt hier haben, sind vier Arbeitsplätze vorgesehen, dass also vier Leute gleichzeitig arbeiten können. Jetzt gibt es aber auch andere Pläne, unter anderem vom Bauer Schorsch, wie immer vom Georgius Agricola, der eben auch solche Kühlofen und Schmelzöfen eben darstellt, wo eben deutlich mehr Leute arbeiten können. Und es gibt dann auch noch sogar Fotos eben, ich habe ja schon gesagt, die Dinger laufen auch noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben dann auch zehn Leute zum Beispiel um so einen Ofen arbeiten können. Die sind dann aber meistens rund vom Grundriss her. Es gibt vom Johann Michael Füssel von 1791 eine Beschreibung, wie eben diese Knöpfe hergestellt werden. Und er schreibt eben in seinem Tagebuch, glaube ich, ja, Tagebuch. Im oberen Teil des Ofens stehen sechs Schmelztiegel. In zweien wird der Stein geschmolzen und aus diesen schöpft man den Fluss, also den geschmolzenen Stein, durch kleine Pfannen in die anderen vier Schmelztiegel. Mit einer Zange fasst man die kleinen Drahtöhre, also dieser Draht ist so ein bisschen gebogen, dass er sich auf der einen Seite in der Glasmasse verfängt oder festhält und auf der anderen Seite ist eben auch noch ein kleines Öhr, wo man ihn dann eben an der Kleidung festmacht. Also mit einer Zange fasst man die kleinen Drahtöhre und tauchte diesen in die Masse und dreht ihn einige Male, sodass sich ein Knopf bildet und gleichzeitig der Draht fest sitzt. Hm, easy. Anschließend in einem Topf im Kühlloch verbracht, damit er nach und nach erkalte und fest werde. Also eigentlich ein sehr, sehr simpler Vorgang und wenn man sich schon mal mit Glasperlen beschäftigt hat, das ist im Prinzip auch nichts anderes wie halt eine Glasperle machen, bloß, dass man eben noch ein Stück Draht mit reinpopelt. So, wie geht es denn dann weiter mit unseren Knöpfen? Wir haben jetzt, sagen wir mal, 400.000 von den Teilen hergestellt. Wie bringen wir die denn jetzt unter das Volk und was machen die dann damit? Wir sehen jetzt hier eine sehr, sehr schicke Abbildung. Das ist das Hochzeitsporträt von Isaac Massa mit Beatrix van der Leyen, die 1622 geheiratet haben und aus dem Anlass haben sie sich eben porträtieren lassen. Und hier mal reingezoomt auf das Miede von der Frau van der Leyen, die hat eben eine ganze Reihe von diesen Portorobasperlen von der Malerei. Ich weiß nicht, ob sie da ein Schimmern imitieren wollen oder eine Facettierung. Spielt jetzt für uns auch keine Rolle. Es sind Portorobasperlen, wunderbar. Und überhaupt, wenn ihr euch mal solche Porträts anschaut, 17. Jahrhundert, haben die ganz, ganz viele Leute oft so, ja, diese schwarzen Knöpfe. Und die sind in aller Regel sind es dann Portorobas-Knöpfe. Da gibt es natürlich auch welche, die mit schwarzem Stoff überzogen sind. Aber in dem Fall sind wir uns sehr sicher, es sind Portorobas-Knöpfe. So, wie kommt es dann dieser Portorobas-Knopf von Fichtelberg? Dann in dem Fall, die haben in Amsterdam, glaube ich, geheiratet nach Amsterdam. Und wie verbreitet sich das dann überhaupt in die ganze Welt? Verbreitet sich in die ganze Welt auch nach Nürnberg? Und naja, ihr wisst ja vielleicht, was wir so nebenher machen, wenn wir keine YouTube-Videos machen. Hier haben wir einen sehr schönen Beleg, wie eben diese Knöpfe dann, ja, an die Person gebracht werden. Das ist aus unserem Massengrab 2 eine Person, die eben offensichtlich in kompletter Montur in dieses Massengrab reingekommen ist. Und da haben sich dann eben sieben Portorobas-Knöpfe noch mehr oder weniger in situ erhalten. Ihr seht ja schon, die meandrieren so ein bisschen um die Wirbelsäule außenrum. Ich will sagen, die Person hatte wahrscheinlich irgendeinen Wams an, das eben vorne rumgeschlossen wurde, eben mit in dem Fall mindestens sieben Portorobas-Perlen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich gehe jetzt mal kurz vom Thema weg. Durch die Verrottungsprozesse kann es natürlich sein, dass dann ein paar davon einfach durch das Gerippe durchfallen und dann tauchen die halt zwei Planer später wieder auf. Kann sein, dass die komplett verrutscht sind, weil man kann sich vorstellen, wenn da mal so 500 Leiber vor sich hin verrotten, irgendwie, dass da so ein bisschen Bewegung innerhalb vom Grab stattfindet. Also ob der wirklich nur sieben Knöpfe hatte oder ob das vielleicht mal deutlich mehr waren, kann ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt nicht alle, also es müsste schon großer Zufall sein, dass der überhaupt nicht mit Portorobas-Knöpfen bestattet wurde, sondern die von drei Planer genau in der Form runtergefallen sind. Also die, die er hatte, die hatte er sicher. Ob das alle waren, wir wissen es nicht. Was natürlich auch noch ganz schön ist, was man hier erkennen kann, hier ist die Drahtschlinge, die eben drin ist, die ist da schon wegkorrodiert und das ist auch so ein Problem mit den Portorobas-Knöpfen, die sind halt winzig klein. Ich habe ja schon gesagt, so schwarze Johannisbeeregröße ungefähr. Und ja, wenn der Draht halt rostet, kann es passieren, dass der Rost dann einfach die komplette, ja, den kompletten Knopf eben sprengt, die Perle ist dann quasi kaputt und dann hast du wirklich nur noch so Brösel und die kannst du dann quasi gar nicht mehr finden, weil die sind dann halt wirklich winzig klein. Wenn man Glück hat, sind sie noch komplett intakt und ja, so der Mittelweg ist eben, dass der Draht einfach nur an der Stelle bündig abrostet und naja, gut, dann hat man halt noch die Perle an und für sich. So, jetzt haben wir schon gesehen, sie werden also vom Füchtelberg bis mindestens Amsterdam und bis mindestens Nürnberg verhandelt, crazy. Und ja, wie passiert denn das? Wie passiert denn das? Wir haben eine Quelle für 1716, dass eben einige hundert Zentner an Glasperlen, Knöpfen und Ringen dann eben über Leipzig und Hamburg und Frankfurt, also Frankfurt am Main, nach Moskau verhandelt werden, in die Türkei und nach Westindien. Und dann im 18. Jahrhundert gibt es dann eben auch einen Export über Hamburg und Amsterdam, eben über die Seehäfen dann nach England und Frankreich und die werden dann da benutzt, muss man einfach dazu sagen, ja, für den Sklavenhandel. Also unter anderem werden dann solche Knöpfe eben in Afrika gegen Menschen eingetauscht, werden auch noch weiter verhandelt, dann eben in andere Kolonien in Afrika. Ich habe jetzt dummerweise kein gutes Bild dazu gefunden, weil das einfach alles sehr, sehr alte Fotografien sind oder beziehungsweise Zeichnungen dann sind oder Fotografien von Zeichnungen, noch schlimmer, wo eben dann diese Proterobarsperlen im Schmuck der Stammesältesten in Tansania, in Kenia und in Zentralafrika verwendet werden. Und wie gesagt, die produzieren auch noch eine ganze Zeit lang und 1899 gibt es dann einen Zensus, dass eben 600 Tonnen von diesen Teilen, also jetzt nicht nur die Knöpfe, sondern eben auch noch Ringe und so weiter, 600 Tonnen in alle Welt exportiert werden. Jetzt ist aber das Ding, wie kommen denn jetzt von Fichtelberg diese Knöpfe dann eben zum Beispiel nach Nürnberg, zum Beispiel nach Frankfurt? Ja, mit Trägern oder Flößen, weil auch aus den Unterlagen, die wir dazu haben, wird eben auch immer mal wieder erwähnt, wie schlecht auch die Straßen beieinander sind, dass man da kaum mit Pferdefuhrwerken eben durch die Gegend kommt. Also muss es dann wirklich mit Trägern, meinetwegen von Fichtelberg nach Bayreuth und dann von Bayreuth eben dann ganz normal, meinetwegen nach Nürnberg und von da aus dann eben weiter in alle Welt transportiert werden. Und es gibt auch einen Hinweis, wie dann von Nürnberg aus weiterverfahren wird und zwar gibt es dann im frühen 17. Jahrhundert, ich glaube, die Zahl war 1619, ich bin mir aber nicht sicher, oder 1616, müsste ich jetzt nachschauen. Im Zweifelsfall, wenn es sich interessiert, ich reiche es nach. Dass eben Händler, Glashändler aus Böhmen, die eben ihr böhmisches Glas verkaufen wollen, eben über Nürnberg fahren, dort dann eben noch diese Protobas-Knöpfe einkaufen und dann mit vier spännigen Lastzügen eben nach Barcelona fahren, um dann dort eben Glas und diese, also ihr böhmisches Glas und diese Protobas-Knöpfe dann eben gegen andere Waren einzutauschen. Also wir haben hier schon wirklich einen internationalen Handel, der halt in dem Fall jetzt mit Pferdekutschen funktioniert, der zu Fuß funktioniert, teilweise mit Flößern funktioniert. Ja, und dann haben wir schon mal unseren Hinweis, wie es zumindest mal von Fichtelberg über Nürnberg dann auf die iberische Halbinsel kommt, wie es eben nach Amsterdam kommt. So, und wie geht es von da aus weiter? Von Amsterdam werden diese Teile dann eben an die niederländischen Häfen in Nordamerika verteilt und zwar in so einem Ausmaß, dass es zwischendrin in der Literatur geheißen hat, dass diese Knöpfe überhaupt in Amsterdam hergestellt werden würden, weil man halt vorher keinen Ofen hatte. Aber man findet die halt ganz oft in Haarlem, in den Niederlanden und dann zum Beispiel in Fort Albany im Staate New York, wo eben dann die Holländer mehr oder weniger den Handel mit diesen Knöpfen dann kontrollieren. Und von da aus werden die dann eben weiter verhandelt. Und jetzt sehen wir hier im oberen Bild die Grabung in White Springs im Staate New York, wo eine Siedlung ergraben wurde. Und ich versuche es jetzt richtig auszusprechen. Der Onendovaga, Onendovaga nennt sich dieser Stamm, der irgendwie zu einer Gruppe gehört, die sich Seneca nennt. Und die sind wiederum Teil der Irokesen-Konföderation. So, also wir hatten ja schon mal ein Video über amerikanische Ureinwohner. Puh, also wenn ihr gedacht habt, irgendwie, dass die germanischen Stämme kompliziert sind, schaut euch das mal an, irgendwie, da brummt euch das Schäle. So, und die haben da also offensichtlich so kleine Sondagegrabungen gemacht. Man sieht es ja bei Haus 4 zum Beispiel, wo eben diese Quadrate eingetragen sind. Und da haben wir eben im Haus 4 Grabungen gemacht, wo es dann eben Funde aus den 1670er Jahren gibt, wo dann eben, man sieht es beim unteren Bild, diese Glasperlen rausgekommen sind. Und ganz oben links ein Portorobas-Knopf aus Fichtelberg in Nordamerika, im Staat New York. Super. Und jetzt ist halt die Frage, was macht ihr damit? Weil der amerikanische Ureinwohner halt wahrscheinlich jetzt nicht die spanische Hofmode imitiert, sondern die benutzen das eben offensichtlich für was anderes. Und ich bin da jetzt so ein bisschen, ich sage es jetzt einfach, ich bin nicht ganz überzeugt, aber ich kenne mich auch zu wenig aus, deswegen, ich sage euch das jetzt einfach. Und wenn ihr da eine bessere Idee habt oder besser Bescheid wisst, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Weil diese Glasperlen offensichtlich halt, also nicht nur zur reinen Zierde benutzt werden, sondern eben auch in irgendeiner Art und Weise in Kulthandlungen involviert sind. Und da spielt dann auch die Farbigkeit eine Rolle. Also weiß steht für Schönheit, gut und so weiter irgendwie. Und rot dann für Zorn. Ich sage jetzt mal ganz peinlich Sachen runter hier. Und da gibt es eben eine Interpretation von einem Herrn Hanel von 1982, der eben sagt, schwarz steht eben für Trauer, für Tod, für unsoziale Zustände, also auch für Probleme innerhalb der Gemeinschaft. Und während Trauerzeiten werden zum Beispiel Herdfeuer gelöscht und die Gesichter schwarz mit Kohle bemalt. Und daraus folgert er, dass eben diese Protorobasperlen eventuell im Rahmen von Bestattungsfeiern als Schmuck, als Ornament getragen werden. Eine andere Interpretation kommt dann von einem Mitglied dieses Stammes, um den es eben geht. Der heißt jetzt Lyman Johnson und ist eben einfach nur ein Mitglied der Onendo Vaga. Ja, und jetzt ist halt, das ist so ein bisschen das Problem, dass ich habe, okay, wenn der das sagt, wenn die eben ihre Religion in der Art und Weise noch ausüben, dann wird es schon stimmen. Jetzt ist halt die Frage, wenn das einer halt 2021, also dieser andere Artikel ist von 2021, sagt, hat das noch so viel damit zu tun, was eben 1640 oder 1670 eben passiert ist. Das weiß ich halt nicht. Der eben sagt, ja, schwarz steht für die Himmelsrichtung Westen, weil, muss man jetzt ein bisschen mitspielen, wenn jetzt einer auf mich zukommt und die Sonne ist im Westen, dann ist ja sein Gesicht schwarz, weil ich ja ins Gegenlicht schaue, dann ist das Gesicht schwarz. Also steht schwarz für die Himmelsrichtung Westen und rot steht für die Himmelsrichtung Osten, weil auch da wieder, wenn er die Sonne von vorne hat, ist ja sein Gesicht rot. Dann wäre das halt in irgendeiner Art und Weise eine Verwendung dieser Protorobasperlen für Himmelsrichtungsfeiern, keine Ahnung, für Begrüßungszeremonien, für Verabschiedungszeremonien, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es ist alles immer so, diese kultischen Interpretationen, das ist halt echt schwer. Also wie gesagt, ich habe keine Meinung dazu. Ich habe keine Meinung dazu. Wenn ihr was habt, schreibt es bitte in die Kommentare. So, jetzt sind diese Glasperlen, also Glasperlen sage ich schon, diese Knöpfe, nicht nur im Staat der New York, sondern wir sehen jetzt hier noch eine Verbreitung von der Chesapeake Bay und wer diesen Artikel gesehen hat, von dem ich vorhin gesprochen habe, das war im Dezember 21 oder sowas. Der kennt diese Karte auch schon, wo wir eben noch diverse Fundorte haben, wo eben eine größere Menge von diesen Protorobasknöpfen angelandet wurde und von dort aus dann eben verhandelt wurde. Und eben von diesen Häfen verbreitet es sich dann wirklich über den kompletten nordamerikanischen Kontinent. Es gibt dann dasselbe Spiel auch nochmal in Südamerika. In Indien gibt es die, es gibt sie wie gesagt in Afrika und zeigt eben sehr deutlich an, wo welche Kolonialmacht wann wie welchen Handel getrieben hat. Und zeigt eben dann auch, wie global eigentlich schon diese ganze Wirtschaft aufgestellt ist. Also von Fichtelberg, da sitzt irgendwo, das ist ein kleiner Waldweg, sitzt einer und macht eben reihenweise diese Knöpfe offensichtlich, um sie zu exportieren. Der hat wahrscheinlich keine Ahnung, dass die irgendwann mal am Schmuck von einem Stammeshäuptling in Kenia landen. Oder dass die eben für was auch immer, für welche Riten dann eben Nordamerika benutzt werden. Aber wir haben eben quasi eine erste Globalisierungswelle da im frühen 17. Jahrhundert. Und von diesem kleinen, kleinen Ofen im Fischengebirge, wo es einfach auch im Sommer echt kalt werden kann, geht es eben nach New York, nach Kenia, nach Indien und wirklich an jede Jacke am spanischen Königshof, wenn ihr euch das mal anschaut. Ja, diese Knöpfe, wie gesagt, sind schon wichtig. Die bestimmen die Mode im 17. Jahrhundert. Und weil sie eben so wichtig waren, weil sie wirklich jeder getragen hat, finden die sich eben auch in ganz, ganz vielen Kontexten, wenn man eben meinetwegen mal eine Stadtkennengrabung hat und in der frühen Neuzeit landet. Das gibt es natürlich dann auch auf dem Land oder wenn man sonst irgendwo unterwegs ist, wenn man über den Acker geht und da liegt so einer rum. Das kann immer mal vorkommen. Und werden aber halt trotzdem, weil sie eben ausschauen wie Glas, das immer mit Glasknöpfen verwechselt. Also wenn man sich da mal teilweise ein paar Dokus anschaut oder auch in die Literatur schaut, ja, werden die halt immer als Glasknöpfe, oder nicht immer, aber ganz oft als Glasknöpfe angesprochen, wo man sagt, nein, ich glaube, es handelt sich hierbei um Protorobarsknöpfe. Es gibt natürlich Glasknöpfe, haben wir ja gesehen, die sind dann so grün, die blau und so weiter. Aber nein, in den allermeisten Fällen sind es Protorobarsknöpfe, die man dann auch relativ gut in die frühe Neuzeit datieren kann. Jetzt haben wir alle was gelernt. Ausnahmsweise mal, naja, ganz wenig Tote oder fast keine Tote. Ganz entspannt für die Nerven. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr vielleicht doch wieder mehr Tote haben wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, teilt das Video für alle, die spanische Hofmode haben wollen. Keine Ahnung, ihr findet schon Grund, ihr seid groß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.